Hi. Kennst du, wenn man so richtig viel Karma kassiert? Ja genau das hatten wir ja gerade. Ja, 5-3! Ja, machen wir jetzt mal 6-3, ne? Ah, ok. Der eine verteidigt. Würden wir das boosten, damit... Ah... Ah, ok. Oh, ne, ich hab gecheckt. Guide und Style und das Guide Cover. Äh... Ich weiß nicht was passiert ist, ich wurde 900 mal getroffen. Das ist doch... Wie hat der Völkertipp, what the fuck? TOWLOADED. Ja, wow. Ja, ich hab den Ball zweimal nicht getroffen, weil ich gegen euch gebammt wurde, ihr Idioten. Hier, zeig mal, dass Destruction ist. Ja, wow, Digga. Wie viel Glück. Ja, natürlich. Einfach ein... Also, die machen... Dabei, dass das andere machen will. Ah, ha, 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 ha. Deserved. Teamplay. Teamplay. Eine Vorlage. Aus 3 Toren. Ja, wow. Wahrscheinlich. Ja, kein Boost. Ja, er klaut meinen Boost und wacht mich dabei. Ja, Teamplay mit dir selbst, hier. Gut. Sehr stark. Sei nie taub. Ich hätte jetzt geschrieben, you need to shut the fuck up. Ach, wo schieß ich denn? Ach, wo schieß ich denn? Wie steht? 4-1. Ey, ich hab schon auf Aufgeben gedrückt, aber... Ja, Edrus hatte keinen Bock auf Aufgeben. Die schreiben die ganze Zeit ohne Ende. Wenn die gewinnen werde ich einfach auf... In den Chat schreiben, Proud? Oh. Ja, komm, was schreiben die jetzt? Schreibt er wieder Hope? Ja, ist doch der Garns. Fucking stark. Fucking stark. Schreibt er wieder England Hope? Blablabla. Ja, total. Nein, total nicht. Ja, ich weiß nicht vorhin. Ja, geht's bei uns. Ich hab keinen 24 Boost. Doch, du hast keine 24 Boost. Doch, ich... Bruder, was machen die? Ah, Bruder, mach ich. Ich hab null Boost. Was mach ich? Ey, noch hinten, noch hinten. Ich hab keinen Boost. Gandhi. Wir machen die Regel. Wir machen die Regel. Wir machen die Regel. Ja? Wir machen die... Ja. Wir machen die Regel. Wir machen die Regel. Wir machen die... Ja, chill. Jetzt steht's unentschieden. Aber wir brauchen immer noch ein Tor. Und kein Gegen. Ok, ok, ok. Renat! Ah nein, nein, er war auch... Oh! Ich dachte, der ballt den richtig rein, aber... Na... Wenn du ihn jetzt zu hart reinschießt... Ja! 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 Wir fangen bei einem צIVE zur Beschreibung. Wir müssen nur noch 8 Sekunden überleben. Okay, okay, okay... Defensive! Ja! Defensive! Defensive! Und da... Und da... EISO! Das war aber wirklich eine super Geschichte über toxisches Verhalten von Gegnern und dann haben wir mit der Hilfe von Karma gewinnen können. Ciao.